In einer schockierenden Wendung, die mit jedem königlichen Skandal mithalten könnte, hat Prinz Harry berichten zufolge die Kleidung von Meghan Markle aus ihrer Montezide Villa geworfen, nachdem ihr Vater Thomas Markle aufsehenerregend ihre angebliche Verschwörung zur Verführung des spanischen Aristokraten Nacho Figura enthüllt hatte. Die brisante Enthüllung hat sowohl in der königlichen Familie als auch in der Öffentlichkeit Schockwellen ausgelöst und die ohnehin schon angespannten Beziehungen innerhalb des Hauses wenn sie weiter belastet. Die Kontroverse brach aus, als Thomas Markle, Meghans entfremdeter Vater, einer beliebten britischen Boulevardzeitung ein aufrührerisches Interview gab. Thomas, der eine turbulente Beziehung zu Meghan hatte, behauptete, seine Tochter habe geplant, Nacho Figura, einen engen Freund von Prinz Harry und international bekannten Polospieler, zu verführen. Laut Thomas hatte Meghan insgeheim den Ehrgeiz gehegt, die soziale Leiter zu erklimmen, indem sie sich bei einflussreichen Persönlichkeiten beliebt machte, und Nacho war angeblich ein Hauptziel ihres Plans. Die Glaubwürdigkeit von Thomas Markle wurde oft infrage gestellt, doch seine jüngsten Äußerungen lösten mitten im Feuer einen Sturm aus. In seinem Interview beschrieb Thomas Meghan als manipulativ und berechnend und behauptete, dass ihre Ehe mit Harry Teil eines umfassenderen Plans sei, Um und Reichtum zu erlangen. Er behauptete weiter, dass Meghan Figura als Sprungbrett in höhere gesellschaftliche Kreise betrachte und ihren Charme und ihr Charisma nutzte, um ihn zu verführen. Quellen aus dem Umfeld von Prinz Harry enthüllen, dass er von den Vorwürfen seines Schwiegervaters überrumpelt wurde. Harry, der für seine äußerst beschützende Art gegenüber Meghan bekannt ist, reagierte Berichten zufolge purer Wut. In einem Wutanfall warf er angeblich Meghans Kleidung aus ihrem Haus und vertrieb damit symbolisch den Vorrat, den er empfand. Diese dramatische Geste soll in den frühen Morgenstunden stattgefunden haben, als Nachbarn von lautstarken Auseinandersetzungen und dem Anblick berichteten, wie Harry Meghans Habseligkeiten wütend wegfalf. Der Vorfall hat ernsthafte Fragen über den Zustand ihrer Ehe aufgeworfen, und viele spekulieren, ob dies der Anfang vom Ende für das Paar sein könnte, das einst unzertrennlich schien. Der Herzog und die Herzogin von Sussex stehen seit ihrem Rücktritt von ihren königlichen Pflichten und ihrem Umzug in die Vereinigten Staaten einer unerbittlichen Prüfung gegenüber. Ihr öffentliches Image war eine Achterbahnfahrt, wobei Momente öffentlicher Unterstützung oft von Kontroversen und Familienfäden überschattet wurden. Dieser jüngste Skandal trägt zu einer wachsenden Liste von Problemen bei, die ihre Beziehung belastet haben. Kritiker spekulieren seit langem über Meghans Absichten und werfen ihr vor, eine Opportunistin zu sein. Die jüngsten Enthüllungen ihres Vaters haben den Verdacht nur noch verstärkt und einen Schatten auf ihr Engagement für Harry und ihre Kinder geworfen. Atsche Figura, oft als David Beckham von Polo bezeichnet, ist seit Jahren ein fester Freund von Prinz Harry. Er hat Harrys Wohltätigkeitsinitiativen unterstützt und war bei verschiedenen königlichen Veranstaltungen eine prominente Persönlichkeit. Figura hat stets eine respektvolle Distanz zum Medienrummler um die Sussexes gewahrt, doch dieser Skandal droht ihn ins Rampenlicht zu ziehen. Von Figura selbst gab es keinen Kommentar zu den Behauptungen von Thomas Makele. Freunde des Polo-Stars beschreiben ihn als schockiert und bestürzt über die Vorwürfe und betonen, dass seine Freundschaft mit Harry auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen beruht. Die öffentliche Reaktion auf den Skandal war polarisiert, einige drückten ihr Mitgefühl für Harry aus und betrachteten ihn als Opfer von Manipulationen, während andere ihn dafür kritisieren, dass er impulsiv handelte und seiner Frau nicht zur Seite stand. Die Medien, insbesondere im Vereinigten Königreich, haben das Drama aufgegriffen und in den Schlagzeilen schwelende Anschuldigungen und Gegenanschuldigungen geäußert. Die britischen Boulevardblätter, die für ihre unermüdliche Berichterstattung über die Sussexes berüchtigt sind, haben das Bild einer Ehe in der Krise gezeichnet, in der Meghan erneut als Bösewicht dargestellt wird. Untertitelung des ZDF, 2020